Hallo, heute erzähle ich euch was über ein kleines Bastelprojekt von mir, das eigene digitale Mischpult. Diese Anführungsstriche werden später noch klar. Erstmal zu mir, ich bin Lukas Schauer, ich studiere hier, 25 Jahre alt, Informatikstudent und mache halt in meiner Freizeit viele Dinge mit Software und Hardware. Dazu gehört unter anderem, dass der Let's Encrypt Client Dehydrated, das Internet of Beds Projekt, über das ich vor, ich glaube, zwei Jahren erzählt habe und viele kleine Bastelprojekte. Und dazu gehört auch dieser Vortrag bzw. das Projekt dahinter, das eigene Mischpult. Außerdem mache ich noch so ein bisschen Security-Zeug, aber das ist alles Hobby-mäßig. Ja, dann beschreibe ich doch erstmal mein Problem-Szenario, wie es überhaupt zu diesem Projekt gekommen ist. Und zwar habe ich auf meinem Schreibtisch viele verschiedene Dinge stehen. Das fängt mit meinem Laptop an, ein paar Lautsprecher dazu, soweit ist ja noch eigentlich ganz einfach. Dann kommt noch so ein Gaming-Rechner dazu, weil so ein Notebook und vor allem Linux, das ist für Gaming nicht so gut. Dann kam letztens noch irgendwann so ein Nintendo Switch dazu. Manchmal liegt das Smartphone noch auf dem Tisch. Und dann ist es irgendwie schon so ein bisschen schwieriger, vernünftig Audio hinzubekommen. Da kann man sich jetzt überlegen, es gibt halt super günstige Analog-Mixer. Die gibt es irgendwie für unter 100 Euro mit x Inputs und die taugen eigentlich auch halbwegs vernünftig für so ein bisschen privates Audio. Aber ich habe da noch so ein paar spezielle eigene Probleme gehabt. Und zwar habe ich auf dem Schreibtisch auch ein Mikrofon stehen. Dieses Mikrofon benutze ich für Sprachkommunikation für die Arbeit, aber auch teilweise halt beim Gaming. Jetzt ist es so ein bisschen schwieriger. Wie kriege ich halt das Audio von diesem Mikrofon auf den Rechner und das Audio vom Rechner irgendwie auf meine Lautsprecher auf meinen Kopfhörer oder sonst was. Genau, und der Kopfhörer hat dazu. Und dann gibt es noch so ein paar Sachen wie zum Beispiel, wenn ich irgendwie eine Pausenmusik in eine Konferenz einspielen möchte oder sowas. Das sind halt so Späße. Es muss eine bessere Lösung her. Dann habe ich mich erstmal umgeguckt und dann bin ich auf Digitalmixer gestoßen. Also wir benutzen hier zum Beispiel für unsere Videoaufzeichnung auf der Froscon die QSC Touchmix Mixer. Das sind halt so Digitalmixer, die haben einen Haufen Inputs, einen Haufen Outputs und man kann damit so ziemlich machen, was man möchte. Das Problem dahinter ist, das was da rot eingerahmt ist, der Preis. 830 Euro für mehr oder weniger ein Spielzeug ist dann halt doch irgendwie ein bisschen teuer. Ähnliche Lösungen kosten halt das Ähnliche, von daher bringen da auch andere Firmen nicht viel. Es muss also eine eigene Lösung her. Dazu habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht und zwar gibt es relativ günstige Linux-Systeme. Hier abgebildet ist zum Beispiel das PC-Engines APU2-Board, aber zum Beispiel auch so ein Raspberry Pi oder sowas, was glaube ich gerade 30 Euro kostet oder so. Das hat einigermaßen CPU-Power und sollte eigentlich in der Lage sein, so ein bisschen Audio hin und her zu bespaßen. Dazu gibt es halt super günstige USB-Audio-Interfaces. Links oben abgebildet ist zum Beispiel ein UCA 222 von Behringer. Das hat einen Stereo-Input, einen Stereo-Output, irgendwie noch Kopfhörer-Preview und sonst was und das kostet halt irgendwie unter 20 Euro. Dazu kann man halt irgendwie noch so ein teureres Interface nehmen, das hatte ich vorher schon rumliegen für mein Mikrofon und für meinen Kopfhörer. Kommt halt noch dazu. Das ist so die Hardware, von der ich irgendwie gedacht habe, damit könnte man doch super irgendwie sich so ein bisschen Audio-Routing basteln. Ja, dann habe ich irgendwie rumgeguckt, so was gibt es eigentlich softwaremäßig. Dann bin ich zum Beispiel auf die Non-Audio-Suite gefunden und gestoßen und da gibt es den Non-Mixer. Das ist eine große Software, die irgendwie mit dem Jack-Audio-Dämon zusammenspielt und ja, letztendlich ein großer Mixer ist, den man frei konfigurieren kann mit Effekten und sonst was. Alles Mögliche dabei. Aber, das ist mir zu klicky-bunti. Das ist nicht irgendwie darauf ausgelegt, dass ich das als dediziertes Gerät irgendwo hinpacke und das läuft und es kann auch mal ausgehen und angehen, sondern es ist irgendwie mehr darauf ausgelegt, da sitzt ein Operator davor, der dieses Ding bedient. Das Gefühl hat man auch, wenn man sich die APIs von dem Ding anguckt, das spricht zwar Open Sound Control, das tut es aber irgendwie auch nur auf der Input-Seite und irgendwie nicht auf der Output-Seite. Dann habe ich mir gedacht, dann baue ich halt was Eigenes. Codename Jackie, weil Jack D der Audio-Dämon ist. Und zwar ist das eine Sammlung von Python-Modulen, die letztendlich andere Software verwaltet. Da fange ich an letztendlich mit Audio-In- und Outputs. Dafür gibt es die CETA-Programme. Die können von ALSA zu Jack und von Netzwerk zu Jack und in viele andere Richtung Audio-Haltrouten. Und die sorgen letztendlich dafür, dass meine Inputs und Outputs, die ich da dran hängen habe, überhaupt erstmal zur Verfügung stehen. Dann brauchte ich noch ein bisschen Kram für Lautstärkesteuerung da drin. Da werde ich gleich noch genauer drauf eingehen. Einen Connection-Manager, der dafür sorgt, dass alle In- und Outputs an den richtigen Stellen auch angeschlossen werden. Und noch ein Volume-Manager, was letztendlich so die User-Facing-Seite ist, auf der ich dann selber meine Einstellungen vornehmen kann. So, mein Aufbau ist letztendlich, dass ich dem Jack Audio-Dämon, der normalerweise darauf ausgelegt ist, volle Kontrolle über das Audio-Interface zu haben, überhaupt kein Interface gebe. Sondern da ein Dummy-Interface mit null Out- und Inputs gebe. Und alles, was sonst dazu kommt, wird über CETA gemanagt oder über andere Wege. Dabei habe ich theoretisch ein Problem, dass der Takt von den Audio-Interfaces auseinanderläuft. Das hat aber in meinem privaten Umfeld überhaupt keine Probleme bereitet. Deshalb stört mich das überhaupt nicht, dass das letztendlich mehr oder weniger gegen den ersten Satz in der Jack-D-Dokumentation stößt, wo erwähnt wird, man soll es doch bitte nur mit einem Interface nutzen. Ja, für die Lautstärkesteuerung, wie man vorhin schon bei dem Non-Mixer gesehen hat, irgendwie man muss halt so ein paar Fader haben oder sonst was. Bei mir ist das jetzt rein im Backend so ein bisschen Software. Ich habe da mit Jack-Mini-Mix angefangen. Das ist ein Jack-Audio-Mixer, der sich komplett über OSC steuern lässt. Und der lässt sich auch wirklich komplett steuern, nicht nur an manchen Aspekten. Das war mir aber ein bisschen zu viel Code. Vor allem, weil ich in meinem Setup sehr viele Instanzen davon gestartet habe, damit das ein bisschen dynamischer wird. Und deshalb habe ich das ganze Ding abgespeckt. Das heißt jetzt Jack-Nanomix. Ich habe den kompletten OSC-Code rausgeworfen und das Ding nimmt seine Lautstärke-Einstellung jetzt über einen Standard-Input an. Da gibt man einfach einen Float ein und dann rast das. Das sind dann zwei Kanäle pro Mixer-Instanz, damit es Stereo ist. Und die alle werden halt von meinem Python-Haufen da gesteuert. Dann gibt es den Connection-Manager. Das ist letztendlich so ein bisschen Code, wo ich halt sage, was ich an In- und Outputs habe. Das sind dann halt im Backend die CETA-Prozesse, die da laufen. Und dann sage ich, okay, ich hätte jetzt gerne alle Inputs auf allen Outputs. Das ist momentan meine super simple Konfiguration. Also man kann da erkennen, gerade Inputs MIG1, MIG2 und LINE-IN-1. Und die Outputs sind der Main-Mix und LINE-OUT-1. Und darunter ist ein Stück Code, was die einfach nur alle miteinander verbindet. Die eigentliche Arbeit, wie dann Kram zu hören ist, macht dann der Volume-Manager. Der redet nämlich mit diesen Mixer-Instanzen, die vorher gestartet wurden, speichert Lautstärken in der SQLite-Datenbank und bietet mir ein zentrales OSC-Interface an, in dem ich alle diese Mixer-Elemente steuern kann und das auch ein bisschen dynamischer halt einfach ist. Ich kann neue Sachen dazu werfen, Sachen entfernen und trotzdem funktioniert halt dieses Interface immer noch und alle Namen sind statisch. Ich habe da keine Probleme, dass sich irgendwie eine Adresse ändert oder so. Und als Spaß habe ich da auch noch eingebaut, dass der tatsächlich Motor-Fader ansteuern kann. Da werde ich gleich noch was zu zeigen. Ja, zu dem OSC. Da gibt es so eine schöne App, die heißt TouchOSC. Das ist so mein Hauptinterface letztendlich für diesen Mixer. Ich habe mir in meinen Mixer eine Software noch reingebaut, die mir dieses Layout generieren kann mit den unterschiedlichen Tabs für die Outputs und den Feldern für die Inputs. Darunter sind Mute-Buttons und so weiter. Und ich kann das jederzeit einfach updaten und habe dann das aktuelle Layout auf dem Handy und kann von da aus meine Lautstärken steuern, egal wo ich in meiner Wohnung bin. Also tatsächlich sogar egal, wo in der Welt ich gerade bin. Ja, zu Faderspaß habe ich ein paar Videos vorbereitet. Gucken wir mal, ob das geht. So, ich habe mir ein gebrauchtes Behringer BCF 2000 gekauft. Und das ist ein Motor-Fader-Gerät, was sich über USB und über MIDI am Steuern lässt. Das Protokoll habe ich reverse-engineert und dann habe ich erstmal so ein bisschen rumgetestet. Also, das ist jetzt einfach nur Random-Werte. Man kann sehen, dass oben die Encoder auch irgendwie Sachen anzeigen und so weiter. Ja, nachdem ich damit halt durch war, habe ich dann tatsächlich mal sinnvoll Sachen damit gemacht. Man kann das so ein bisschen schwer lesen, aber in der oberen Reihe stehen tatsächlich meine Input-Namen, äh, meine Output-Namen. Und in der unteren Reihe stehen meine Input-Namen. Die oberen Buttons sind die Selection für den Kanal, äh, den Output-Kanal. Und die unteren sind die Mute-Buttons. Und dann kann ich halt diese Output-Kanäle durchgehen und da, wo Audio ist, sehe ich dann entsprechend die Pegel. Ist jetzt ein bisschen leiser, aber man kann auch hören, dass sich tatsächlich das Audiosignal da verändert, wenn man daran rumregelt. Ja, also das sind so die Experimente, die ich damit gemacht habe. Das Ding habe ich aber am Ende tatsächlich weiterverkauft, weil ich dafür einfach nicht genug Platz hatte und das immer in der Ecke stand und es irgendwie schneller war, das Telefon kurz rauszuholen oder es lag eh schon auf dem Tisch, als irgendwie dahinter zu greifen. Ja, dazu kommt noch ein Haufen Kleinkram. Und zwar habe ich dazu noch einige Systemd-Units, die den ganzen Kram starten, wenn der Rechner bootet. Ich habe Udov-Config gebaut, damit meine Audio-Interfaces, wovon ich drei identische habe, von diesen kleinen Ein-Input-Ein-Output-Teilen, damit die alle statische Namen haben und nicht irgendwie random durchnummeriert werden. ein bisschen D-Bus-Kram für Permissions und noch ein bisschen anderer Kram. Ja, und da dieses Projekt noch nicht fertig ist, ist das jetzt auch leider quasi schon das Ende von meinem Vortrag. Das war jetzt eigentlich nur mal so eine Auflistung von dem, was ich gemacht habe. und eigentlich wollte ich auch mal so nachfragen, vielleicht sind hier Leute, die irgendwie so ein bisschen Ahnung davon haben und vielleicht noch Vorschläge haben, in welche Richtung man sich mal umgucken könnte, wenn man da noch ein bisschen mehr bauen möchte. Oder falls jemand Fragen hat, ist das natürlich auch okay. Ich habe das jetzt gelegt. Warte mal, du kriegst ein Frage-Mikrofon. Ich habe das jetzt gelesen, dass ein blinder Musiker dieses Hardware-Mischpult da nutzt, dieses Behringer-BCF. Okay. Um damit Audiosoftware fernsteuern zu können, die sonst halt nur häufig mit der Maus bedienbar ist. Und so kann ich dann immer die Schalterstellung gleich ertasten. Ja, genau. Dafür ist so ein Interface halt praktisch. Also für Leute, die halt irgendwie entweder nicht aufs Display gucken können oder wenn man auch einfach schnell irgendwelche Sachen umschalten möchte, weil so ein Hardware-Interface ist halt schon wesentlich angenehmer. Vor allem, wenn man mehrere, wenn man wesentlich mehr Sachen steuern möchte, als ich da jetzt habe. Und das ist halt darauf ausgelegt, normalerweise auch so diese Audio-Workstations zu steuern. Ich habe jetzt natürlich hier komplett Custom-Code halt dafür, weil ich mich so ein bisschen entfernt habe von den professionellen Sachen. Ja. Eine kurze Frage. Du hast Code gezeigt, wo du sagst irgendwie, wie du die verdrahtest, da hast du irgendwie alle Eingänge auf alle Ausgänge. Wenn du das jetzt ändern willst, hast du für alle deine Setups irgendwie dann Code, die das neu feiert? Also, die Sache ist, aktuell ist das halt noch so ein Prototyp. Die Idee, die ich am Ende habe, ist tatsächlich ein Web-Interface zu haben, bei dem man sich ohne große Schwierigkeiten halt neue Verbindungen dazuziehen kann und auch sagen kann, ich habe hier ein neues Audio-Interface, das hat den Namen, bitte lad das mit dazu. Und die Software hat theoretisch auch schon Support dafür. Also, ich kann mich da auch mit dem Debugger dranhängen und Interfaces rauslöschen und die werden automatisch entfernt, neu hinzufügen und die werden automatisch richtig verbunden. Also, das funktioniert schon. Aber das Interface fehlt halt noch. Ja. Sonst keine Fragen, Anregungen mehr? Gut, dann würde ich hier auch schon aufhören und danke euch für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank.